Der Schrankspezialist in Litau hat sich auf individuelle und massgeschneiderte Lösungen im Schrankbereich spezialisiert. Dabei gilt es, die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zuerst in ausführlichen Beratungsgesprächen zu sondieren und dann unter Berücksichtigung der optimalen Raumausnutzung umzusetzen. Das ist unser A-Kleidenschrank. Da haben wir unsere Hosenauszöge bis 16-Teilig und verschiedene Breiten haben. Die Angebotspalette umfasst raffinierte Schränke mit Flügel und Schiebetüren, begehbare Ankleiden sowie stilvolle Garderoben für den Eingangsbereich. Das ist unser Kleiderlift, wo man die Höhe optimal ausnutzen kann. Selbst einzogen nach oben. Bei der Auswahl der individuellen Lösungen helfen zur Visualisierung der Möglichkeiten nicht nur die grosse und umfangreiche Ausstellung in Litau, sondern auch die dreidimensionale Darstellung der geplanten Lösungen am Computer. Wenn die perfekte Lösung gefunden worden ist, setzen die Schrankspezialisten die Idee um bis zur professionellen Montage bei Ihnen zu Hause. Dabei wird auf jedes noch so kleine Detail geachtet. Und falls sich Ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit verändern, ist der Schrankspezialist in der Lage, Ihren Schrank den neuen Gegebenheiten anzupassen. Der Schrankspezialist. Schranksysteme nach Maß.